... der gesperrt wurde. Müller. Rubisch. Jui, da sind wir. Schön gemacht. 35. Minute, 1 zu 0. Reis los, Müller, Kopfball, Rubisch. Noch einmal Zeitlupe. Hier kommt der Ball. Rubisch war schon früh gestartet. Keine Chance für Hans von Bräukelen. Ja, das kann er halt, der Hamburger Mittelstürmer, der von den Italienern umworben wird. Millionen wollen sie ihm geben, wenn er kommt. Und Jupp dabei sagt, wie gerne würde ich ihn halten, aber bei solchen Angeboten kann ich nicht Nein sagen. Was soll ich Rubisch raten? Nach hartes Hauses. Harte Attacke gegen Schumacher. Durchaus korrekt. Wie Schießrichter Christoph sagt, denn er gibt Eckball für Holland. Vermäulen. Und Feenhoff. Ja, 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 ja. Brandt. Brandt fast. Die Brandt diesmal nicht mit dem Kopf, sondern mit dem linken Fuß. Sehen wir sicher noch mal. 40. Minute, 1 zu 1. Schön gemacht. Hier kommt die Ecke. Zumindest Getümmel. Jetzt fällt der Ball herunter und Brandt vor die Füße. Hier sehen Sie. Bumm, nichts zu halten. Nichts zu machen. 1 zu 1.